mmmm, meine Leute, heute gibt's mal ein Kanal-Update, yay! Und zwar, ich hab, ich weiß nicht, ob ihr uns hören könnt, aber ich hab jetzt ein fucking neues Mikrofon. Also ich benutze gerade ein anderes als davor. Die nächsten paar Videos werden aber noch mit dem alten sein, weil ich dir alle Dateien schon vorproduziert hatte. Und ne, ihr versteht. Also, ne, ich wollte euch darüber informieren, das wird jetzt ein ziemlich kurzes Video. Also, eigentlich hab ich nichts getan, außer von meinem BW800 auf mein newer NW800 zu wechseln. Das ist, glaub ich, ein Kondensatormikrofon. Auf jeden Fall, es rauscht viel weniger und es macht halt Audio-Dateien gut machen, so viel einfacher. Ihr werdet's in dem, ich glaub in dem Campen-Video sehen, was ich hochgeladen werde. Ab und zu spackt mein Mikrofon einfach. Und da kann ich das dann nicht mit mir irgendwie so retten. Aber wenn du dann auch nicht die Audio-Dateien nochmal besser hinkriegst oder gleichartig, bist du halt gefickt. Und das passiert mit dem Mikrofon, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, überhaupt nicht. Ich entschuldige mich schonmal wegen Campen. Schaut's euch nicht mit fucking Kopfhörern an. Oder hört's euch nicht mit Kopfhörern an. Es klingt halt wirklich reuidig. So, wirklich schlecht. Ja, also ich wollte's nur mitteilen und ja, es ist ziemlich alles, ne? Ähm, ja. Bleibt toxisch, entbimmelt die Glocke, disliked meine Videos, der abonniert mich und jetzt... Und das war so für uns, wenn ich ja... bis jetzt noch ein Mal wieder rauskritte. Bis jetzt gleich. Bis zum nächsten Mal.